hallo und herzlich willkommen zurück bei hexit in der letzten folge waren wir in diesen unfassbar schönen turm der war hund schön und jetzt haben wir war hier nicht noch was was wir mitnehmen können hier das andere hatten wir schon und hier waren wir jetzt ne passt auf aber hier war noch noch mehr hier war doch noch eine die hatten wir die festung schon ja die haben wir vor der von dem turm angefangen und fertiggestellt ja aber dann war doch da noch da war doch noch was was wir nicht mitgenommen haben ein turm glaube ich entweder ein turm oder noch eine festung hier waren drei festungen wir hatten glaube ich nur zwei mitgenommen werden wir kamen von dahinten von der festung dann kamen wir hier lang da sind diamanten ja eben genau und die große festung hat nur noch nicht ja genau die waren nämlich genau da vorne wo ich hier laufen es sind in diesen statuen eigentlich auch was drin ich habe keine ahnung und was ist das ja eigentlich für ein etwas das ist dumbledore ach hier ist auch was ein spanner ein überirdischer gespawnte spanner ist damit doch eine hau ok lass uns auf die depestung gehen warte ich möchte erst einmal gucken ob hier irgendwas drin ist da oben ist was aber was ist denn da ähm lapis lazuli block und eisenblöcke so da ist die fliegende festung floating castle wollen wir da hochfliegen und dann anfangen richtig ja ah die waren jetzt aber was stärker glaube ich ja ja macht nichts wir sind auch was stärker die sehen aber auch schon die sehen gruselig aus ich habe ein bisschen angst cookies und ich habe deine tage ich habe da glaube ich was heute verstanden max lernt gerade neue wörter kennen pp im takatukala ne pp im kaka takatukala die mit goldener festung eigentlich stärker das ist doch voll unlogisch goldrüstung ist besser als lüge aber auch aber auch geht schneller kaputt ja eben also ist es nicht besser aber von der rüstung her von der stärke der rüstung schon also von der ist ein metall das schnell kaputt geht aber es hält viel aus ich bin runter de plumes also ich hab nur noch die machen böse geräusche machen die aber ich habe auch noch voll wenig kerzen hält mir gerade auf ich jetzt nicht so aber ja du hast noch eine zehnmal bessere rüstung als ich ja es ist ja auch die guten leute kriegen auch die guten sachen und wer hat die geräusche von denen sind aber auch schon echt netz ne ach du scheiße geht es noch weiter mit denen das geht überall weiter mit den max aua das tut voll weh hör mal auf damit aber hier kriegen wir mega viele essenzen ja ich klär mal oben machst du unten ich mach hier drinnen in dem berg ja sag ich ja ok fidel go du nö nö ho ich höre das bin ich das bin ich irgendwie feuer ho oh vielleicht sollte alter nein 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 hier ist ein besonderer hier ist ein besonderer ja ich kann gerade nicht oh ich oh fuck you weil ich kaum noch leben hab same 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 ich muss mich gerade auch eingra- buddeln ansonsten wäre ich gestorben Gott im Himmel der bin ich nein Chuck ist Gott ist Chuck Chucky die Mörderpuppe nein toller Film eigentlich nicht ja du hättest wieder Angst ich weiß nee Chuck die Mörderpuppe ich finde der Film ist einer der lustigsten Horrorfilme überhaupt nein nein ich finde schon früher fand ich früher fand ich den mega schlimm aber mittlerweile finde ich ihn einfach nur verdammt lustig also ich finde ihn nicht lustig ich finde ihn traurig finde ich ihn du scheiße ach so das ist ein besonderer Zombie fällt mir oh mein Gott die nehmen ja gar kein Ende mehr hier es leckt es leckt es leckt es leckt oh Gott der Server ist gleich wieder weg ich sehe es schon ach ne da ist er wieder fick dich auch äh äh später wir sind doch gerade in der Aufnahme Max ach so tut mir leid die haben es gar nicht gemerkt stimmt herzlich willkommen so immer mehr also die Sonne Creeper-Mee oh ne ok 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 ich weiß dass ihr starke Gegner seid ist alles ok ist ok ist ok so ich versteck mich jetzt kurz danke Skeletts wir sind ja Lebensretter sag mal spawnen die eigentlich immer neu oder sind hier einfach so viele hier sind so viele traurigerweise naja jetzt sind hier nicht mehr so viele ach da bist du Gironimo verdammt are you the twelfth doctor uuuh fangen wir nicht mit dem twelfth doctor an ich bin jetzt bei der Hälfte der Staffel und ich finde ihn ultra unsympathisch noch gucken wie sich das entwickeln wird super sag mir doch nicht sowas das ist die Motivation das anzufangen also weiterzugucken glaub mir die Motivation ist da sonst würde ich auch nicht mehr weitergucken ok I think the Berg is clear ah do you think weißt du was wir jetzt tun können wir können jetzt hier im Berg schlafen miteinander also mit dem Berg und uns hier ist ein Schwein sag ich ja du Schwein so waren wir jetzt in allen Gebäuden drin oh hier ist doch noch ein Gegner ach du jemini scroll of escape die ist cool ich weiß damit kann man escapen warum habe ich eine Tür im Inventar weil du so thürig bist ich bin Thüringen was grüße an alle Leute die aus Thüringen kommt irgendjemand hier aus Thüringen nicht ok ich glaube Thüringen war das einzige Bundesland wo ich gestern nicht war das glaube ich nein ich war nur in Baden-Württemberg und Bayern Baden-Württemberg und zwar die ganze Zeit na könnt ihr sehen da wart ihr dem Max auf einmal viel näher und wusstet es gar nicht es sei denn ihr wohnt woanders dann wart ihr eben nicht so nah Leute was ich euch empfehlen kann das ist wir haben auf der Autobahn für 150 150 Kilometer haben wir 5 Stunden gebraucht ja und das ist viel Stefan ha achso oh hallo hi also wenn ich laufe brauche ich dafür auch mal so viel traurig ist ich habe mal bei Google Maps geguckt die Strecke die ich gefa- die wir gefahren sind die wo 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 nee das ist mir zu weit weg äh mit zu Fuß hätte man da ein bisschen mehr als einen Tag gebraucht und wir haben 12 Stunden gebraucht mit dem Auto ja wollen wir uns schlafen legen sehr gerne kommst du ich nehme mir das Bett ja toll ich bin der Spanner der unter dem Bett liegt ich liege auch unter meinem Alter das ist okay warte dann warst du das gar nicht in dem Bett nö das verdammt jetzt kann ich auch endlich wieder mal ein bisschen hier gut Feeling Musik anmachen so wollen wir weitergehen nein warte ich möchte mich noch mehr ich möchte mich noch umgucken ah hier können wir ja da hoch können wir bestimmt glaube ich noch hier hoch ja hier hoch geht's noch hier ist noch eine Tor Skeletti Betty wir haben eine Printing Brass und Fire Sense auch wohl Fire Sense können wir hier lassen hallo Creepy let's talk about Creepy let's talk about you and me hallo guten Tag hallo guten Tag ich bin der Günder von der Taylorcom ach schade ich dachte hat ja voll nichts gebracht bei denen ich bin der Günder von der Taylorcom aber Günder ist gar nicht bei der Taylorcom oh ne gar keine Apfel, Banane, Mandelkern essen, fromme Kindergern du lässt ja auch alles liegen weißt du hier den Diamanten und du nimmst die nicht mit ja dafür bist du ja da hallo stell dich hinten an nur essen wir brauchen nie wieder essen das ist richtig ach im übel oh ok der Boss, der Boss, der Boss, der Boss ja macht nichts ich sehe gar keine Lebensanzeige bei dem ach doch oh der ist ja irgendwie ziemlich lahm da hat er sich jetzt oh da hat er den Hero Brian Head auf einmal ach den kriegen wir aber schnell runter ach sagte er und er teleportierte sich ähm im übrigen in der Videobeschreibung findet ihr ein Formular wo ihr euch eintragen könnt wenn ihr irgendeine Idee habt für Sachen die ihr hier im Let's Play tun wollt ich hab das Walker Sword oi hier guck was ich damit kann wo bist du damit kannst du dich teleportieren irgendwie sieht das voll undramatisch aus aber jetzt bin ich schneller zu Hause als du du das ist mir oh ja noch eine Festplatte eine Festplatte ich meinte eine Schallplatte okay noch eine goldene Feder geil Pfeil äh hier Stuff den nehme ich auch mal eine Festplatte guck mal das ist wunderschön das ist ein Leuchtturgo echt? tut er leuchten? haben wir den jetzt aktiviert ja soll es Checkpoint okay wollen wir weiter kannst du bitte weggehen? springst du? Arsch nein ich hänge fest haha stirb wer ist beinah ich nehm den entspannten Weg hier ja ich muss noch ein bisschen mit dem Schwert üben und du sagst du vergisst hier die ganzen Diamanten hier liegen auf dem Weg noch 10 Diamanten rum und der ja weil ich satt bin deinen Scheiß einzusammeln also jetzt das ist die Höhe ja also das ist ja da fuck you nein explodier komm explodier doch einfach oder stirb ist auch okay stirb halt sensen könnt ihr mit drüber das könnt ihr glaube ich auch mit drüber ja ja ach hier geht es ja auch noch runter achso das ist gar kein unten also wollen wir jetzt wieder nach Hause ähm ich glaube hier ist nichts mehr in der Nähe oder? nö ja wir müssen erstmal nach Hause die ganzen Sachen ablagern feucht ja okay ich begebe mich nach Hause bam 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 oh was ist das denn? hatten wir das schon? ja das war das erste wo wir angefangen haben nein doch das erste war diese Festung neben der ach so aber hier ist ach das ist ein Turm das ist sogar ein richtiger Turm der nach unten geht ich weiß ich hab ihn ja auch entdeckt ups falsches Schwert kannst du mir kurz hast du den Enderman etwa angeguckt? ich hab den sogar angegriffen Max das geht doch nicht ich hab mega wenige Frames Party oh da ist der Enderman und da war er oh da ist er ich möchte die Enderperlen haben nö oh fuck hast du die Spawner weggemacht? ja cool dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Hexit wieder wo wir dann gucken ob wir hier leben wieder rauskommen tschüss